Hi, was geht's? Oh, bringt das Spaß! Danke für die Hilfe, ne? Nächstes Mal bringe ich ein Aushängeschild mit. Hier kämpfen wir. So ein schönes Pappschild, ja? Nicht so wie rutschiger Boden, sondern so ein richtig ranziges Pappschild. Ganz groß mit Edding schreibe ich da drauf. Hier wird gekämpft! Mit einem Pfeil, mit einem großen roten Pfeil. Den stelle ich das nächste Mal, wenn ich reingehe, stelle ich das vor daneben. Ja? Und dann können die Kämpfe gucken. Da wird gekämpft. Oh, hat er das mal gleich gesagt!